Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Orion's Will of the Whisp Let's Plays, wo wir letzte Folge ja hier in diesem Kampfschrein waren und etwas gescheitert sind und heute einen erneuten Versuch wagen. Ja, wir haben einen Versuch gemacht, der ging bis zu schiefen. Das war jetzt alles noch im Rahmen. Da sehe ich das alles noch entspannt, dass hier der erste Versuch schiebt ging. Wir haben uns geheilt. Äh, so. Ja, das war ein bisschen dumm. So, mach einmal kurz und dann... Wir können auch einfach den Kampf mal so machen, dass wir ihn schaffen. So, ein Hit hat gefehlt. Wie mir der immer auf den Sack geht, ehrlich. So, Heilung, Heilung, Heilung. Was haben wir da? Kenn ich nicht. So. Dann müsste er irgendwie mal ein Stückchen herkommen, wollte ich sagen. Ja. Definitiv nicht. Die Art von Gegnerkrieg, die ich gut bin. Oh, oh. Noch einmal schießen. Noch einmal schießen. Und liebsten Dank. Okay, das war definitiv anders geplant. So, erst mal der Weg. Der ist weg. Der ist weg. Jetzt steht hier noch. Heilung. Ah, dann haben wir es schon. Blitterplatzverbesserung. Du kannst jetzt mehr Splitter auf einmal anlegen. Finde weitere Splitterverbesserung. Oh, uh. Das ist sogar richtig wertvoll gewesen. Ähm. Da hätte ich tatsächlich momentan Interesse an dem. Ich bin gespannt, wie viele da noch kommen. Wobei, das Interface sah eigentlich schon so aus, als wäre es bei fünf Schluss. Aber jetzt würde ich sagen, da passen auch acht hin. Oder neun. Oder so. So. Müssen wir die Quest noch irgendwo abgeben? Müssen wir mal kurz schauen. Brauchen wir den immer wieder auf? Was ist das? Nein. Müssen wir nicht. Okay, gut. Und hier ist immer noch das. Also wir machen erstmal das als nächstes. Aber der Schrein hier. Den hatte ich halt noch letzte Folge mir gemerkt, dass ich den ganz gerne machen wollte. Wenn ich mich jetzt hier nicht dumm anstelle, kann ich. Mal versuchen, hier direkt dahin zu kommen. Uh. Yo. Alles klar. Komm ich bis nach da rechts? Hier war ich doch schon, oder? Ja, hier war ich schon. Alles klar. Gut. Dann. Oh, 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 oh. Danke. Ehre ist möglich. Das wird. Euer Ehre. Es ist einfach so ein typischer Fight, der mich maximalst überfordert. Und da ist irgendein Grund, da kacke ich das hier auch jedes Mal. Sehr schön. So. Bin ich jetzt hier hoch? Ja. Bin ich hier hoch? Ja hoch. Ich möchte gerne dich töten. Und dich. Und will. Hier hoch. Worum ich das beim letzten Mal geschafft habe. So. So, da komme ich nicht hoch. Hier rechts bin ich schon überall hingesprungen. Wir gehen hier rein. Hier geht es weiter. So. Und jetzt haben wir ja wunderschönes, wie wir eine Karte hier haben. Und als nächstes würde ich sagen, als erstes hier hoch, wenn wir da hinkommen. Erstmal sehe ich hier einen Mucki, mit dem ich reden will. Das Erkunden des Unbekannten ist gar nicht so einfach. Vor allem ohne eine Tasche um. Oh. Das ist eine sehr große Tasche, die du hast. Ob ich sie wohl haben dürfte? Oh, vielen Dank. Hier, ich gebe dir dafür meinen alten Kräuterbeutel. Der ist alt. Aber die Kräuter sind frisch. So frisch. Das ist ein Festgegenstand gefunden. Aus diesem kleinen Beutel trinkt ein wütziger Geruch. Ich finde jemanden, der einen Kräuterbeutel gebrauchen könnte. Ja, vermutlich. Äh. Einer von euch? Nein, tatsächlich. Ja, hier bin ich ja. Gut. Will ich jetzt hier rausgeben? Fest. Äh? Mach ich die Quest nicht gerade? Alles klar. Es gibt... Ich weiß noch nicht, wer ihn gebrauchen kann. Alles klar. Gut. Gut. Nach hier oben könnte klappen. Der Einzige, der ich mir vorstellen könnte, der es gebrauchen könnte, wäre dieser Vogel. Der hat mich doch auch groß geschickt. Oh, ich bin so dumm. Los, komm. Ab da hin. Du wolltest doch deinen Beutel haben, oder? Warst du das nicht? Nein. Er wollte einen Kompass haben. Gut. Naja, fast. Alter, Beutelkompass. Uh, kommt man da hoch? Ich habe keine Ahnung. Wir wollen aber eigentlich auch da hin. Aber fast. Sehr schön. So, hier können wir jetzt entweder nach hier oben oder nach hier unten. Ähm. Nach da oben kommt man. Darüber. Kommt man nicht. Das ist der Ausweg. Also wir sollen hier einmal im Kreis laufen. Alles klar. Gut. 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 auch so aus, als würde man hier drüben eigentlich das hier öffnen können, aber vermutlich nicht mit einem Hammer, sondern vermutlich von irgendwo mit etwas anderem. Wo muss das Mana vorkommen? Oder Energie? Whatever. Ah ja, okay. Ich habe es kapiert. Da kommen wir auch nicht lang. Dann da rein. Ja, okay. Ich behaupte mal, fight. Während die Musik wieder etwas lauter ist, ich kann es nicht ändern. Ich könnte sie schon ändern, aber ich finde ja, die Musik gehört zur Stimmung. So, das war es schon. Da schon. Was hast du für ein geiles Schmack-Zusen, was ich hier machen kann, wenn ich die da oben hängen lasse? Sehr schön. Nichts leichter als das. So, jetzt ist die Musik auch wieder normal laut. Da müsste einfach mitleben, dass sowas passiert. Was für ein Labyrinth diese alte Mühle doch ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit zu trödeln. Der Weg ist weit. Ich will an Wissen gelangen. Du musst eine Mühle rücken. Und eine Freundin finden, wenn ich recht höre. Viel Glück, keine Zeit zu verschwenden. Die Aussage, was für ein Wirrwarr trifft, ist ganz gut. Ich sehe es schon kommen. Wir gehen jetzt hier nach links wieder rein und starten den Fight, weil wir eben von der falschen Seite betreten. Einfach nochmal. Nein, danke. So. Jetzt will ich ganz gerne. Hier hoch. Hier hoch. Unerwartet. Von der Seite kann man es auch noch gut machen. Ja, ja, alles klar. Ich will natürlich noch fixen, wenn du unbedingt sterben willst. Oh, oh. Es war anders geplant. Oh. So. Habe ich jetzt hier drüben alles? Das sieht gut aus. Äh, ist auch egal, wo ich eigentlich runterhüpfe, ne? Es ist zweitens eine Katastrophe. Von daher ist es vermutlich egal. So. Und jetzt hier lang. Harte. Also da kommen wir nicht durch. Das dreht sich überhaupt nicht schnell. Ich hab gesehen, wohin. auf einmal dreht. Oh. Ja, okay. Bin ich hierher gekommen? Ja, alles klar. Jetzt hat sich bloß der innere Teil gedreht, dann ist noch alles cool, alles entspannt. Hier soll ich jetzt nach unten. Kurz einen Blick verschaffen. Da hin? Können wir jetzt hier schon wieder an dem Hebel ziehen? Nein, nein. Ich habe hier ganz nochmal gedreht. Ich stehe hier. Sag mal, wo will ich denn hin? Jetzt kann er noch hier durch sein, erstmal. So. Bin ich jetzt wieder an diesen Hebel ran? Ja, will ich. So, jetzt habe ich das Ganze zum Ausgang getrieben. Eieiei, ehrlich. Ich hoffe, dass hier runter richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es wieder einfach. Ja, das sieht gut aus. So, hier soll ich hin. Alter. Es war eigentlich geil. Es war nur unnötig. Ich will da unten wieder... Okay, wir sind jetzt mal dicht. Ich möchte immer noch gerne nach unten. Ich wollte wissen, ob hier was ist. Sieht nicht so aus. Das kann man auch nicht kaputt machen, alles klar. Dann da hoch. Und jetzt? Okay. So. Mann ey... So. Da kommt wirklich viel drauf. Danke. Einmal heilen und das Ding kaputt machen. Das habe ich das Stückchen in der Mühle abgeschlossen. Jetzt wird noch die Frage, ob wir sein Kompassauto irgendwo finden, denn den habe ich nämlich nicht gesehen. Tatsächlich nicht. Doch, das ist er dort. Oder? Ist er das? Eisennagel, das ist ein Festgegenstand gefunden. Zeigt im Wasser hervorragend nach Norden. Hinge die Eisennagel zu zocken. Achso, das macht sogar Sinn. Ja, raus hier. Ah, du stehst schon da. Mein Kompass, du hast ihn gefunden. Das ist nur ein Nadel. Ich schulde dir, was Wanderer. Hier nimmt das Schuld beglichen. Ein Gorligerz. Ja, will ich mich nicht beschweren. Deshalb beschlossen. Bring die Eisennagel zu toll. So, und jetzt? Da hoch oder wat? Oder wat? Hier komme ich ja nicht raus. Ich will schon hier rein eigentlich. Ich muss jetzt einen Weg nach hier oben finden. Ja, ich sehe es schon fast. Wenn mich das hier schon so anfühlt. Kann man sich ja denken, dass der Plan der hier ist, oder? So, gehen wir erstmal hier rein. Ich würde sagen, hier gibt es bestimmt auch noch Lösungen, dass wir hier überall hinkommen. Ich würde aber tatsächlich erstmal das Wasser deaktivieren, weil ich Bock habe. Jetzt sind wir hier. Da will ich hin. Da haben wir noch was. Ja, komm, geh mal erstmal erkunden. Der Grundwerk beerkrankte einst eine große Bibliothek. Ori wissenflosst wie die Wasser durch seine Mauer. Mauer. Jetzt ist vieles, das einst war, verloren. Und das Wasser ist still. Ist mir da gerade gespasst. Die Legenden werden wahren wahr. Geist. Die Brunnenquellenbibliotheken. Sieht ihr nur all dieses Wissen an. Aber da ist noch etwas. Eine faulige Präsenz ganz in der Nähe. Da, riechst du es nicht? Der Geruch scheint von irgendwo da hochzukommen. Siehst du es dir mal an, während ich in diesen Büchern blättere? Ja. Ach, Fähigkeiten kann ich bei dir auch noch kaufen. Schnellreisen. Nee. Nee, ähm. Tatsächlich hätte ich gar kein großes Interesse, hier was zu kaufen. Gerade. Wenn, dann wäre mein Interesse etwas von denen hier abzugraden. Also, keine Ahnung. Äh. Ich würde mich von nicht nur rumfüllen. Ja. Und der hat auch tatsächlich nur das als Absurd. Gut. Hier drüben war noch was. Das habe ich richtig gesehen. Ja. Ein Speicherpunkt. Ja gut. Okay. So, hier müsste es theoretisch noch an einigen Ecken hochgehen, wie ich das hier schon richtig sehe. Wäre aber die Frage, wer da hinkommen wird. Frage beantwortet. Dump and run halt. Gut. Also, einmal speichern, dann gehen wir in die nächste Folge. In die nächste Folge werden wir dann hier vermutlich die Mühle abschließen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe es. Werden wir hier selbstverständlich noch die letzten Ecken erkunden. Und werden auch ähm hier draußen noch versuchen, den oberen Bereich komplett zu erkunden, wenn es klappt. Und ja. Jetzt gehen wir aber erst mal in die nächste Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lass doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß. Und sage mir zum Schluss. Schönen Mütte. Ach so, Tschüss. Vielen Dank.